Insofern mag ich da grad hier auch gar keine Zeit drüber großartig verquatschen Und ich habe natürlich kein... Doch, ich habe Eisen dabei, ja! Und Holz haben wir auch dabei, Stickies Und ich packe hier erstmal ein bisschen von dem Neta-Pupeta hier erstmal in die Kiste rein, so Dich tue ich mal dahin, dich dahin, dich dahin, dich dahin, dich dahin Und dich dahin, und dich dahin, und dich dahin, dich dahin, dich dahin Das Fleisch ist bei den, bei den Dingens, ne, bei den Schweinepriestern ist das Schwein Äh, das Schwein ist das Fleisch übrigens immer schon durchgebrutzelt, das ist sehr praktisch So, und jetzt, was auch noch sehr praktisch ist, ist natürlich, dass wir alles schon hier unten auf Vorrat haben Na lalala, machen wir gleich mal wieder drei Spitzhacken Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei So, zack, zack, und zack Ja, das geht schon Natürlich werden wir hier auch wieder Fackeln brauchen, aber das machen wir erstmal ganz zum Schluss Wenn wir hier schon wieder alles aufgerüstet haben, sozusagen Also aufgerüstet, weil wir hier wieder alles verbaut haben Und somit bauen wir uns hier oben eine richtige kleine Festung rein BZW Irgendwie Versorgungstunnel Oder Transporttunnel oder Verbindungstunnel, wie immer man das nennen möchte Auf jeden Fall bauen wir das hier oben rein So, flupp dich Na, du kommst auch weg Und dann zimmern wir hier unten natürlich erstmal wieder schön alles voll mit Kobbels Nein Ich wollte nur der Musik entsprechen, das glaube ich gerade 4-2, ne, jawohl Mann, so langsam kenne ich die irgendwie alle auswendig, weil wir schon seit 30 Millionen Jahren spielen und Ewig die gleichen Playlists laufen und, äh Das Blöde bei den Playlists ist ja, dass man vielleicht einen Soundtrack von 3 Stunden, den kriegt mal ganz gut hin Aber einen Soundtrack von, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon zocken Also bestimmt über 60 Stunden, das ist schon, naja Ein bisschen schwieriger So, mach ich mal hier, 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 la 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 So wie vorhin, einfach das Standardprozedere So, hier auch gleich mal, la 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 Einfach die Wand rausreißen Ja, dauert halt ein bisschen, das wird jetzt insgesamt, ich glaube 2 Folgen wird das bestimmt füllen Und wenn ich gut bin, vielleicht sogar noch ein paar mehr, ich weiß es noch nicht genau Aber auf jeden Fall bräuchten wir dann noch ein paar Treppen So, Moment Muss ich hier mal ums Mikrofon rumgreifen, das ist wirklich sehr extrem störend So, damit haben wir das, dann kommt hier noch das Muss aber gucken, bis wohin, achso, bis hier hin So, meine Damen Ach nee, ach Mist, wie war denn das, ich kann den gar nicht imitieren So, meine Damen und Herren Nee, ich kann das nicht Nee, das war voll schlecht, das lass ich mal lieber Außerdem höre ich mich ja gerade gar nicht selber Und ich höre dauernd nur das Baby Geplärre auf den Ohren Was übrigens Extrem nervig ist in einer Weile Ach Das ist gerade nicht nur das Babygeplärre Das ist auch das kleine weinende Mädchen aus 4 Ach Mensch, also hier Alma, die da weint Ich dachte gerade, hä, was denn nun los So, dann haben wir das hier und dann haben wir das hier und dann sind wir ja so bald auch fast fertig Kaum zu glauben, da war zwei Folge lang nur Döniken gemacht Aber das gehört ja leider dazu Das ist ja leider Minecraft, beziehungsweise nicht leider, sondern zum Glück Da gehört Bauen einfach an die Tagesordnung Da kann man nicht immer lustig lustig tralalala machen, ne Da ist auch hier mal, ne, Arbeit und Ernst des Lebens Und darum spielen wir doch alle, damit wir arbeiten, mehr arbeiten können So, da, da hin und Flup und wieder alle, Moment Einmal rumgreifen und hier, zack So Und wupp dich, da haben wir es ja schon Okay, hier könnte ich theoretisch erstmal zumachen Das mach ich mal so, 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 so Ich mach das erstmal so, ne, dann haben wir den Durchgang da vielleicht trotzdem noch Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen werden Ich vermute mal eher das nicht Okay, ach Mensch, und schon wieder Was ist denn hier los, schon wieder die Alma-Box, was ist denn hier los Das wird ja langsam ein bisschen unheimlich Pass mal auf, ich mach mal folgendes, tut mir leid Aber solange wir hier drin sind, wo eh keine Ghasts angreifen Schalte ich das ganze Gequengel erstmal aus Das geht mir grad voll auf den Auf die Libido sozusagen Ne, ihr wisst schon, was ich damit meine Das muss ja nicht sein, dass die die ganze Zeit nur am rumgrölen sind Die ganze Zeit am rumheulen So, weil langsam hält mir das ja im Kopf nicht aus Spannende Musik Im Peaceful-Modus Okay, so Zack, 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 zack Zack, zack, na, zack, zack Okay, dann haben wir das Hier kommen wir auch langsam zum Ende Das heißt, dann mach ich mal hier nochmal diese Hässliche Kacke da oben raus Und mach die andere hässliche Kacke da oben eben rein Ich meine natürlich, äh, äh, Wursti Die hässliche Wurst da oben Ich soll ja nicht immer so viele Schimpfwörter oder Fluchwörter benutzen Huch Hört sich grad an wie Terminator im Hintergrund Ist aber immer noch, äh, 4 Und ist zum Glück auch total die schöne Musik Die das Arbeiten hier unten total angenehm macht So Damit haben wir das Jetzt müsste ich theoretisch die Kästen hier mal wegräumen Aha So, dann haben wir wieder Monkey Island Das ist doch schon mal super Hier haben wir noch 35 Kohle drin Und dann rupp ich das Ding mal weg Los Und dich müsste ich eigentlich mit der Axt wegruppen Aber ich hau dich mal trotzdem mit der Spitzhacke klein Du kleine Kiste Und dann tu ich die beiden einfach mal Moment Äh, den einen hier Zack Den anderen da Und schon kann ich Ja, ist auch egal Ich mach den einen jetzt mal hier hin Und das Ding hau ich mal da hin Dann kann man hier schön die Aussicht genießen Wo grad nichts ist Weil wir ja alles ausgeschaltet haben Und dann haben wir hier auf jeden Fall Platz Für das, was ich gleich machen möchte Zumindest hier möchte ich nochmal Raushauen So, ne Das müsste dann besser aussehen Wenn man das so macht Genau Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz Ein bisschen mehr Spielraum Das hier brauchen wir theoretisch auch nicht So sieht das übrigens von draußen aus Das ist jetzt nicht so wirklich hübsch Aber, naja Kann man erst mal so lassen Moment So Wirklich nervig mit dem Rumgreifen hier immer Okay Jetzt ist natürlich noch die Frage Möchte ich das überhaupt so haben Oder möchte ich das vielleicht anders haben Ich könnte natürlich theoretisch Ach, ich lass das erstmal so Ist doch auch egal Oder Ist das dann hier vielleicht besser Wenn ich dann da einen so mache Und dann da so Hm Ja, ich weiß nicht Hm Übrigens schon wieder 4-2 Hab ich den Shuffle ausgemacht Oder, 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 oder Ich kann das gerade gar nicht einsehen Naja So, was ich aber gerade machen wollte Das war folgendes Ich hoffe, da werden die Steine reichen So, von hier geht's nicht Das heißt, ich werde hier anfangen So Einfach nur so Damit wir wieder was anderes machen Was total unspannend ist Und das kann ja ruhig bis hier hin Weiter noch nicht Und dann hier so Wobei mir gerade einfällt Dass das alles eigentlich Komplett falsch war Aber wir können's theoretisch Mal so lassen Mal gucken, ob das dann auch geht Eigentlich hatte ich das anders geplant Ach, scheiße Ich müsste das jetzt eigentlich Alles wieder rausreißen Blöd Die vielen Treppen Ich reiß das mal vorne raus Und probier mal so aus Wie ich das eigentlich angedacht hatte Aber ich hab jetzt natürlich Wieder nicht nachgedacht vorher Ich hab einfach Naja Wieder einfach nur Aktionen gemacht Und wir brauchen wieder neue Cobblestones Fällt mir da gerade auf So Dann schlüpfen wir doch mal In was bequemeres Nämlich in unsere kleine Hütte So Hoppala Huch Und jetzt ab nach oben Da Klamüsern wir uns mal Mit den restlichen Cobblestones zusammen Ich hoffe, wir haben überhaupt genug Hm Sonst muss ich leider Erstmal welche Farmen Weil wir brauchen die Ja eigentlich unbedingt Hopps Hallo Kleine Hütte Hallo Kleine Cobblestones Naja Ein paar haben wir noch Das wird ja Erstmal für den Anfang Reichen Aber ich glaub So weit Kommen wir damit auch nicht Mit ein bisschen Glück Kriegen wir damit Unsere Bauten fertig Hm Ja ich könnte jetzt die Monster Wieder anmachen Lohnt sich jetzt aber nicht Weil wir nur ganz kurz Hier rumlaufen Und jetzt sofort Wieder abtauchen Okay Jetzt wird's lästig So da kommen wir schon In unseren Frauenknast Da isst man gern Da isst man oft Und jetzt Ganz kurz mal schauen Flupp Und Flupp Und Flupp Und schon können wir uns ja Die Stone Slaps machen Von denen Ich weiß nicht wie wir von denen brauchen Ich bin erstmal sparsam Mit den Dingern Nein Ich hab's gewusst Äh Ich mach mal folgendes Ich pack mal erstmal Die Le Corblée da rein Und nehm mir den da wieder mit So Und jetzt Müsste ich eigentlich Moment Okay Ich weiß noch nicht genau Ne Aber das wisst ihr ja Ich dass ich das noch nicht so genau weiß Das ist ja Das Standardprozedere Nein Verdammt Moment So Ach ne Nehmen wir mal den hier Und dann Mal Da rein Wir sollten wirklich Cobblestowns sparen Weil so viele haben wir da gar nicht mehr Okay Das kommt weg Das kommt weg Hier Die Kiste werden wir wahrscheinlich auch noch wegräumen müssen Die lass ich da jetzt erstmal so komisch im Raum fliegen Scheiße Hätte ich da mal vorher dran gedacht Ich weiß jetzt nicht ob ich das jetzt Nachträglich alles noch rausreiße oder Weil das wär jetzt wirklich ne Plackerei Wenn wir den ganzen Weg hier nochmal rausreißen würden Dann bringt ihr mich bestimmt um Weil das 3 Millionen Jahre dauern wird So Und jetzt natürlich Sekunde Hoppsala Und äh Jetzt Nehmen wir mal die Dinger So Da muss ich bevordentlich sein Nicht dass die aus Versehen doppelt gestapelt werden Und hier sowas darf natürlich auch nicht sein Schlamperei am Bau So Okay Ach ne Schon wieder Schlamperei am Bau Wer baut denn diese Scheiße hier Das kannst du auch keinem abnehmen lassen So Okay Jetzt ist das hier natürlich schon komplett falsch Das heißt wir ruppen hier die Treppen auch mal wieder weg Na los Hint fort mit euch Hint fort Das war die Spitzhacke Hint fort So lassen wir das jetzt so oder Ja doch das können wir so lassen Das sieht nicht ganz so scheiße aus Wie man sich das denkt Vielleicht können wir hier sogar noch die Dinger weg machen So Dann machen wir hier noch Lalalala Ne so Okay Das geht Obwohl noch geckiger wär's natürlich Wenn man die auch wieder raus Ne 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 Das wär nicht geckiger Das geht gar nicht Ne Schon gut